Moin Leute, was geht? Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Titan Quest mit Fuffi und Fungi. Yo! Abgehen, los. Ich hab 66 Heiltränke und zack, Hunde. Und ich glaube, es geht hier unten weiter. Und warte mal, ich muss jetzt mal wieder... Ach ja, genau, Orient sind verarscht. Ja, wir sind Orient. Oh, hier ist eine Mission, hier ist eine Mission. Hast du... Hast du nicht. Das ist deine Nebenaufgaben, ist leer. Okay. Oh, ich muss den Ton lauter machen. Jemand muss die Monster verjagen, bevor ich alles verliere. Meine Vorräte, mein Bauernhof. Jemand muss die Monster verjagen, bevor ich alles verliere. Okay. Ähm, das ist eine Nebenaufgaben. Oh Gott, ich muss niesen, warte mal kurz. Moment. Ah, ah, shit. Boom! Gesundheit. So, jetzt hab ich dir den Nieser weggenommen. Ja, scheiße, Alter. Richtig dreckig. Wann nur ein Nase gibt's denn? Ton, werd lauter. Momentan... Momentan was? Moment. Hm, irgendwie hör ich grad keine Musik. Äh, hast du... Aber In-Game-Sound hör ich. Nur, die Musik nicht. Ah! Ja. Moment. Ne, okay. Ich mach den Sound nochmal ganz laut, komm. Jetzt so. Abgehen, los. Schnell, wir müssen uns beeilen. Wir haben nicht so lange Zeit. So, genau. Die gelben Sachen nehmen wir eigentlich gar nicht mehr auf. Wo ist denn jetzt dieser komische Bauernhof hier eigentlich? Steht da noch nicht. Na gut, okay. Gehen wir einfach erstmal weiter. Los! Greif du als erstes an. Ich bin... Scheiße. Ach, ich hab ja meinen Koloss-Zauber. Stimmt, das hab ich schon wieder komplett vergessen hier. Muss ich mal umschalten hier. Alter, das sind ja feige Hunde. Die laufen die ganze Zeit nur weg, ey. Echt, ey. Die regen mich jetzt schon wieder auf. Pussys. Oh, und liegt was? Ein Schrein, genau. Ein Schrein der Dorn. Warte, jetzt hier. Irgendwo. Was sind das denn für Viecher? Neandertaler. Ah. Komm, wir gehen erstmal irgendwie nach unten oder so. Wir müssen erstmal irgendeinen Rand finden. Ja. Ach so, mein zweiter Hund. Ach nee. Doch, mein zweiter Hund. So, genau. Jetzt läuft's auch. Und was weiß, was jetzt kommt? Kriegsgebrüll! Oh, ja. Oh, ja. Stimmt, das war das. Das haut richtig rein, ja. Sollte man aber eigentlich irgendwie nur bei Bössen verwenden, glaube ich. Kannst du benutzen, wenn ich meine Titanenform da einsetze, Alter. Dann ist ja noch übler. Shit, ich glaub, ich hab ein Müll aufgehoben. Zu hysterisch geklickt, wa? Ja. Alter, irgendwie ziehen die mir viel ab. Passt. Warte mal. Geht. Map kurz. Ich glaub, wir haben da oben irgendwas ausgelassen. Ich glaub, hier geht's weiter. Ja, kann sein. Guck mal gleich nochmal nach. Warte. Oh, die ziehen auf jeden Fall schön fehl, die hier. Ja, die haben auch... Geht mir auch gerade aufgefallen, ja. Ah, fuck. Du Bastard. Und die sind einfach nur scheiße. Ja, die sind echt auch nur scheiße, ey. Warte mal, ich guck mal kurz auf der Map. Ja, wir gehen ja auch die Hauptstraße lang, wie er Spaß die ist. Ja, warum kann ich das nicht aufheben? Ey, Leck! Wieso lag das bei dir? Es hat blub gemacht, mein Computer. Okay. Willst du gucken, ob die Aufnahme noch läuft? Ja, läuft doch noch. Da oben, List of Fraps. Gut, perfekt. Hey, wo hast du meinen Hund? Achso. Wieso gehen wir denn jetzt immer weiter? Weiß ich nicht. Hier kommt man immer mehr gegen. Hörer. Guck dir den dir an, wie er mir hinterherläuft. Alter, verpiss dich, Käfer. Das ist ja deine ganze Familie, Mann. Das sind keine normalen Käfer. Ja, die haben Beine, ja. Das sind missgeburten Käfer. Ja, echt, ey. So richtige missgestellten Käfer. Ich mag Fraps. Oh, hier. Hier ist unsere Aufgabe, nice. Ich mag Fraps irgendwie nicht, ey. Ich kann mich damit irgendwie nicht mehr anfreunden. Ne. War früher so die einzige... Verbraucht viel zu viel Speicherplatz. Nur hakelig. Es gibt Blackstreams. Ich, Tierrüstung, du Grüner. Nice. Nebenaufgabe aktualisiert. Oh, Essenz. Hat sich das Vieh gerade wiederbelebt? Der Orient hat so viele Ansprüche für Fraps. Du kannst schon mal weitergehen und die Aufgabe abgeben. Naja, die ist scheiße. Guck wie laut er jetzt redet. Obwohl, so scheiße ist die gar nicht, aber... Naja, die kann ich nicht nehmen. Fahr die 50 Rüstung durch, ey. Oh, 18.000 Erfahrung. Hört sich viel an, ist aber gar nicht viel. Oh, Mann. Ich dachte so, oh, 18.000, scheiße. Und, ja. Ja, es ist wirklich scheiße. Der hat sich teleportiert, der Gegner. Bei dir auch? Keine Ahnung, ich habe mich nicht so drauf geachtet gerade. Da war ich schon wieder am Weiterrennen. Ach so. Fuffi läuft einfach schon weiter, bevor die Gegner tot sind. Oh, ja. Ich weiß ja, dass du das alleine schaffst und so. Ja, ich räume auf. Oh, ja. Wir gehen jetzt mal unten am Rand lang. Ja. Auch wenn hier die Hauptstraße ist. Oh, egal. Wir müssen ja auch da lang. Egal. Wir halten uns nicht an die Regeln hier. Nein. Wir sind Rebellen, Mann. Ich habe morgen keinen Bock auf Schule. Ich habe morgen keine Schule. Ja, das kann ich nicht so sagen, weil ich diese Folge wahrscheinlich am Wochenende hochlade. Oh, ja. Oh, das war aber gerade ein Frame-Einbruch, Alter. Aber das ist, weil wir in ein neues Gebiet gekommen sind. Das ist normal. Leute, wenn mal sowas passiert, das ist Fraps. Fraps ist schwul. Wo bist du denn? Ja, aber das rennt sich in eine andere Richtung. Ich habe einen Gegner. Alles voll. Ich wurde dir brutal überfallen, Mann. Von der anderen Teilen. Ja, weil du da hingelaufen bist. Du bist da hingelaufen. Alter, ich erzähle ehrlich. Ich fehle dir Neandertaler-Viecher. Besonders, wenn man alleine kämpft, ey. Okay, ich habe noch meine zwei Hunde, aber... Alter, ich wäre fast verreckt gerade. Junge, da kommen auch immer mehr. Und jetzt binden sie mich fest. Nein. Ich hätte von denen geraped, Alter. Aber richtig bitter. Junge, verpässt dich, Neandertaler. Spasti. Neander Spasti. Ach so, YouTube spastet irgendwie rum meine Videos. Aber das sind nicht nur meine, ne? Also, ich habe nachgeguckt. Das gab es schon bei anderen YouTubern. Da sind diese Lichteffekte ganz komisch gemacht jetzt irgendwie. Wenn ich das so... Was für Lichteffekte? Da sieht das richtig komisch aus. Das flackert so komisch, wenn es dunkel wird irgendwie. Wenn dann... Ach so, okay. Dann flackert das so richtig komisch dunkel auf. Kann ich dir nachher mal zeigen. Ah, okay. Bei meinem 4-Video sieht man es auch schön. Sicher, dass das nicht an deinem Computer liegt? Nee, weil... Das wollte ich ja gerade sagen, aber du lässt mich ja nicht ausreden hier. Ach so, sorry. Tut mir leid. Und zwar... Wenn man das Video dann nach dem Rennen anguckt, also ganz normal über den Media Player da, ne? Ja. Du kannst ruhig weiterreden. Ich höre dir weiter zu. Ja, es war so. Ich dachte, du wolltest irgendwas... Ich bin tot. Shit, Alter. Was geht denn bei dir, Mann? Was war das? Alter! Haben die dich mit Gift vollgespritzt, ja, oder was? Digga, meine Energie ist so schnell runtergegangen, ich konnte nicht mal reagieren. Bin ich so schwach? Übel, hol deine Hunde wieder. Scheiße, Alter. Dem saugt es mich dann gar nicht. Ich heil mich lieber mal hier. Jetzt nicht... Oh doch, die ziehen aber auch hart viel, Alter. Fuck, Alter. So, da ist dann nichts das. Perfektes Video, perfekte Qualität. Mach mal die Form ein hier, komm. Digga, guck mal, wie die meine Energie runter machen. Alter. Verpisst euch da von ihm. Verpisst euch da von ihm. Warum ist das so... Alter. Killer Form. Ah, Pflanze. Pflanze. Alter, die machen. Oh, ich falle tot mit dem. Oh, shit. Alter. Die machen damit. Die hauen ja richtig rein hier im Orient, Alter. Jetzt wird es schwer. Wir brauchen unbedingt Giftresistenz, Alter. Das geht ja mal gar nicht. Junge, diese riesigen... Gras-Schnecken hier, oder was auch immer das ist, ey. Wie sie mich ficken, ey. Fuck. Digga. Ist ja richtig bitter, ey. Scheiße. Für Zeit, dass wir aufsteigen. Oh, ja. Es lag bei mir beim Aufheben. Sonst nicht? Ich kann die Sachen nicht aufheben. Abgefuckt. Weißt du, normalerweise blinkt das ja blau auf, wenn man so da rüber geht mit der Maus. Ist bei mir nicht. Weil ich da draufklicke, dann geht meiner auch nicht. Hm. Richtig behindert. Teilsam. Wollen wir kurz Pause machen und du gehst nochmal raus und wieder rein ins Spiel. Spass, manchmal klappt es ja auch. Ja. Dann sammelst du ihm den ganzen Scheiß auf. Schreit der Erfahrung? Meiner. Wir machen sowieso die halbe Stunde einen Cut. Machen wir ja sowieso. Ja, stimmt. Immer Vorsicht selber, hat man letztes Mal schon gesagt. Weil das ist einfach zu schade, wenn die ganze Aufnahme dann... Hier, ich kann es nicht anklicken. Diesmal sagen wir... Ab jetzt sagen wir aber nicht mehr beim Wehkarten, Alter. Du cuttest einfach und sagst dann, ich habe gecuttet und dann fertig. Nicht wieder zisch. Nein. Fließender Übergang. Niemand bemerkt es. Hat keiner gesehen von euch bestimmt, ne? Von den Zuschauern hier. Nein. Niemand. Das war so, das haben wir so perfekt kaschiert hier. Diesen Schnitt, Mann. Kaschiert. Oh. Das hat richtig fungiert, Alter. Oh, ja. Hallo. Meiner geht in komische Richtungen. Ich glaube, meiner hat gesoffen. Deswegen kann er auch nichts aufheben. Perfekt. Ich kann, warte, lehme mal nicht das Geld auf jetzt. Ich kann es nicht aufheben manchmal. Hier, jetzt schon wieder. Und dann macht es mein Computer mal blub, 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 blub. Richtig abgefuckter PC, Alter. Mein PC. Ist nicht mehr normal. Ich glaube, ich brauche mal irgendwann einen neuen. Ja. Das glaube ich auch. Und wenn, dann hole ich mir einen mit richtig fett Speicherplatz. Und Speicher und was weiß ich. Hol dir einfach eine externe Festplatte noch dazu. Kostet jetzt wie viel noch? So eine 1TB Festplatte. 70 Euro? Ne, ich brauche unbedingt einen PC, womit man schnell rendern kann, Alter. Oh, ja. Weil das Rendern dauert bei mir manchmal so 2 Stunden, Alter. Das ist so. Es gibt vielleicht sogar... Geht das vielleicht alles ein bisschen einfacher, wenn ich bei meinem Laptop, bei meinem neuen, alles fertig gemacht habe. Dann kann man den nämlich auch zum Rendern benutzen. Und dann kann er gleichzeitig zocken und rendern. Das wäre Traum.